Wir wissen aus Erfahrung, dass vor allem ältere Männer über 65, die rauchen, in die Hochrisikogruppe gehören. Das Gefährliche beim Bauchortenanarysma ist, dass es wächst und keine richtigen Symptome verursacht. Das heißt, es dann, wenn es auffällt, wenn es platzt, macht es starke Beschwerden, dann ist es aber meistens zu spät. Von daher ist es entscheidend, rechtzeitig herauszufinden, ob ein Bauchortenanarysma vorliegt. Dies kann man ganz einfach und unkompliziert durch eine Ultraschalluntersuchung machen, die heutzutage bei jedem Hausarzt verfügbar ist. Heutzutage stehen uns vor allem interventionelle, minimalinvasive Techniken zur Verfügung. Das heißt, durch eine Punktion oder durch einen Leistenschnitt rechts- wie linksseitig wird von innen eine Prothese eingebracht, schonend und vor Ort gebracht, um das Aneurysma auszuschalten. Früher war vor allem der Bauchschnitt mit der offenen Operation angebracht. Beide Verfahren werden vorgehalten und je nach individueller Situation angewendet. Wobei in den letzten zehn Jahren eine deutliche Verschiebung hin zu den schonenden Techniken vollzogen wurde. Deine 37 Theo Uwe Untertitelung des ZDF für funk, 2017